Für knapp 140 Euro bekommt man mit der RACY von Rollei eine vielseitige Full HD Action Cam. Die RACY kommt mit wechselnden Lichtverhältnissen gut zurecht. Das Bild ist scharf und überaus kontrastreich. Die RACY gestaltet sich dank des Touchscreens sehr einfach. Über das Berühren der unterschiedlichen Symbole kann man schnell den Aufnahmemodus oder die gewünschte Qualität wählen. Die Low Budget Action Cam erstellt gute Aufnahmen und eignet sich für Einsteiger in dem Videoflug ebenso wie für erfahrene Piloten.